Der in den letzten Jahren immer mehr zersplitterte Spielplan macht es für den Fußballfan unerlässlich, zuverlässige Echtzeit-Informationen aufs iPad zu bekommen. Eiliger HD bringt neben aktuellen Live-Tickern auch Neuigkeiten zu den Bundesligen, zu DFB-Pokal, Champions und Euroleague, der EM-Qualifikation und den Spitzenligen aus England, Spanien und Italien. Dazu verwendet die App jeweils ein virtuelles Blatt. Von Liga zu Liga gelangt man durch Wischbewegung. Das funktioniert bequem und flüssig. Ebenso schnell kann man durch die Tabellen blättern. Ein Übersichtsfenster hilft bei der Navigation. Die Nachrichten sind vollständig, die Videos allerdings recht kurz. Spielszenen aus den Ligaspielen sind aufgrund der rechtlichen Situation kaum zu erwarten.